so ich gerne mal ins bett vorher sonst haben wir keine energie energie auf tanken ist schon wieder halber leer der balken hier ja dann sagst du ist ja nicht viel ich habe meine gießkanne nicht da aber ein hühnerstall drückt sich für den bett rum das sagt richtig ich bin ja gar nicht mehr ich bin auch gleich nicht mehr im bett ich habe gerade gesehen es reicht schon wenn du dich ins bett legst du musst dich anklicken ja oder nein weil es fühlt sich gerade mein ladebalken auf ich bin im anderen häuschen okay cool das ist gut und es könnte vielleicht sogar funktionieren wenn du es single bist oder single player bist das muss man dann halt mal ausprobieren auf schwing dir oder bist schon der weg ich brauche mich nur reinlegen fast so schön wenn sie gucken x kommt ich bin schon fast da jetzt mach mal was willst du damit da oben angeln ja hallo wir wollten in die mine und nicht vor die ich stelle mich nicht an sonst kannst du künftig wieder nicht angehen weil ich irgendwas erzählen hier da oben rum rennt pardon sie ich ja du ich renne überhaupt hier rum doch ich habe dich ja eben auch ich habe ich glaube eben vor bei rennen sehen kaum ist dass das loch ist noch nicht richtig da und sie ist schon durch ich bin grün und schleimig die machen mich an hier die mögen dich schleim scheiße loch jetzt haben wir zwei löcher dankeschön so ein klasse wieder die steine ja also du machst einmal halbe arbeiten ja weil ich das gesehen habe hier oben und ein loch da ist aber noch kupfer oh eine alge noch da unten ist noch kupfer das sah eben so aus als hätte es mir einen reingeschlagen jetzt hau das um juhu stufe fünf einstein wo auch immer die hin schlägt loch lalala loch lalala loch ist das auch kupfer ja ich habe beide gedacht der andere hebt es auf lalala loch ein erdkristall hast du noch platz ja ansonsten da und unten quart sehe ich auch ich bin schon wieder 10.000 schritte gegangen boah ey ich bin immer schneller am laufen als du komischerweise ja weil ich nur darum stehe und angeln stimmt stimmt ich lasse halt arbeiten ja das merke ich schon ja loch jetzt bist du So viel liegen wir gar nicht auseinander, mit denen ein paar Schrittchen da, oder? Ich komme angeschlichen. Alter, guck mal, was hier Kupfer liegt. Oh, ich muss erst mal was essen. Hä? Nein! Ich wollte das essen. Es bietet es mir an. Ach, da ist das Loch. Da oben ist auch nichts mehr. Ein Twarz. Oh, Karotte. Ich hätte gerne die Karotte. Dankeschön. Oh, nee, jetzt kommen wir wieder von allen Seiten. Ich eile. Nee, da unten aus dem Boden kam auch noch was raus. Das war dann das dritte. Hast du... Du müsstest Quarz, glaube ich, haben, ne? Mhm. Ah, ich darf nicht. Warte mal, ich muss erst mal ein Müsli-Regen essen. Nicht tot. Ich blute schon. Was? Eieieiei. So. Da hinten noch irgendwas? Nö. Ja, komm, geh runter. Du darfst nicht aufmachen, wenn es voll ist. Hast du Schubel? Ja. Das ist immerhin gut. Das ist besser wie nichts. Oh, guck mal. Da ist schon. Nö. Oh. Was war denn das? Oh, scheiße. Ich habe schon gar nichts gesehen. Ach Gott. Diese scheiß Viecher. Ich habe schon 28 Erze. Ich habe noch nichts gesehen. Ich habe noch nichts gesehen. Geh weg. Fliege. Iiii. Haha, daneben. Loch. Messerzück. Messerzück. Ja, ich gehe seitdem nur noch in die nächste Ebene mit Messer in der Hand. Das ist ja grausam. Ich versuche dich zu beschützen. Ich will doch nicht, ich will essen. Dann ess doch. Ja, ich habe es dir aber angeboten. Es ging ihm wieder nichts. Aua, geh weg von mir. Ach, dann nehmen wir wieder ein paar Katzen mit. Au, 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 aua. Autsch. Weg. Ich bin weg. Ach, diese. Ich bin tot. Nein, bist du nicht. Halt die Klappe. Du bist tatsächlich weg. Ey, der hat mich, der hat mich nicht mal losgelassen. Das ist nur ein Dreckszimmer. Alter. Oh, ich fall auch bald um. Ich habe nicht kein Geld. Das hatte ich tatsächlich schon sehr lange nicht mehr, dass ich umgekippt bin. Ich nehme noch, ich nehme noch die Kohle hier mit und dann komme ich auch wieder zurück. Oh toll, vier Gegenstände verloren und zehn Ebenen weg. Naja. Sehe ich das richtig? Mein Schwert ist weg. Ach du Scheiße. Mein Schwert ist weg. Toll. Mein Schwert ist weg. Was hatte ich noch dabei? Ey, wieso verschwinden die Waffen? Naja, die Waffen kannst du nachkaufen. Deswegen verschwinden die. Wir sollten übrigens auch zurück. Was? Resetten? Äh, nein. Zurück. Guck mal auf die Uhr. Ja, ich meine Resetten. Den Tag wegschalten. Anstatt es pennen gehen, ausschalten. Ähm. Naja, können wir eigentlich auch machen. Das schöne gesammelte Zeug. Ja, zwar alles ist weg. Vier Sachen sind weg. Das ganze Kupfer ist weg. Boah. Ne gut, dann gehen wir eben nochmal raus. Was? Dann. Ausschalten? Ja. Hä? Ah, ja. Okay, ausschalten. Dann gehe ich raus. Nee, nee. Raus zum Titel. Und du lädst das Koop neu und ich komme neu rein. Ach, Mensch. Keine. Das war so, ey, das ist der blöde Grünling, da hat sich wieder in mich reingesetzt oder so. Oh. Und war voll vergiftet. Und ich kam nicht weg, weil ihr seid so langsam. Ich habe schon geprügelt ohne Ende, aber ich weiß nicht, irgendwie, wenn du nicht der Host bist, dann schubst du die Viecher irgendwie gar nicht mehr zurück, sondern die bleiben irgendwie auf der Stelle und auf einmal sind die 30 Meter entfernt oder so. Das ist irgendwie ganz schön komisch. So, und jetzt muss ich dich einladen. Wie war das denn mal? Ich habe schon gesehen, ich bin schon dabei. Im Münchner Hof. Mhm. Gute Dach. So ein Scheiß hier. Ach, guck mal, die Rübchen sind wieder da. Oh, diesmal ist einer ein gutes Rübchen dabei. Eine goldene? Ja. Ja, die hat ich vorhin auch. Voll die Sackgasse hier. Ja, ich versuche mich halt nützlich zu machen. Aber ich habe das am Anfang oft gehabt, dass ich da, ähm, weil wenn die mehr Geld du hast, die ziehen dir dann das richtig, das Geld aus dem Säckchen. Ja, auch wenn du da umkippst, deswegen ich achte, wenn, wenn ich, wenn ich nicht viel Geld habe, dann ist das nicht so tragisch. Ja, aber du hast die Hälfte von meinem Ding verloren. Ja, wenn, ja, wenn du in der Höhle stirbst oder umkippst, dann verlierst du auch viel Items, aber wenn du nur draußen, glaube ich, umkippst, verlierst du nur Geld. Wenn du da ohnehin nicht sonderlich viel gerade hattest, geht das eigentlich noch, aber... Ansonsten ist das ganz schön blöd. So, willst du, willst du doch mal rein jetzt, oder? Ja, wir brauchen ja das Kupfer. Ja, eben, wir brauchen das Kupfer. Wir brauchen es! So, haben wir was zu essen? Hier habe ich noch ein Rettich und ein paar Frühlingszwiebeln, eine grüne Alge habe ich hier noch und Löwenzahn habe ich noch. Hast du die ganzen Samen, also die Aufruppen von den Bäumchen? Äh, die müssen, die müssten eigentlich irgendwo sein. Können wir kommen, müssen die Regel machen. Ja, drei müssen die Regel immer hin. Wow. Und sie besiegt wenigstens. Lass erstmal bei dir, ich brauche noch keine. Ich habe noch, ich habe mehr Rettich einstecken, ich habe Frühlingszwiebeln dabei, ich habe noch eine Alge, Löwenzahn und eine Cola. Kein Monatest. Das nehme ich jetzt alles mit, ist mir egal. Halt, aber die Angel, lass ich da, sonst habe ich auch keinen Platz. Das nehme ich jetzt einfach mal alles mit. Auf, mein Neues. Ich glaube, ich bin während meiner Stardew Valley Laufbahn auch nur einmal in den Minen krepiert und nachdem ich gesehen habe, dass mir so viele Sachen fehlen und so viel Geld, habe ich auch wieder zurückgesetzt. Also, wenn ich das nicht mitrechne, bin ich noch niemals in den Minen gestorben. Mhm. Laut Technik und Speichermedien. Ich auch nüt. Also, ich habe immer Konzert, Konzert, danke der Resetten hier. So, ich fange schon mal an, hier zu buddeln, ne? Oh, ich habe sogar schon das erste Loch gefunden. Oh, hier ist auch direkt ein Erdkristall. Dreh dich doch mal rum, Mensch, was ist denn los mit dir? Ich habe mich doch rumgedreht. Hast du mir jetzt den Erdkristall geklaut? Der lag da auch so rum, der wollte zu mir. Ja, und die ganzen Schleime wollen zu mir. Oh, da unten ist noch ein Quarz. Meins. Hast du schon ein Loch? Mhm. Wie das klingt. Hast du schon ein Loch? Ja. Wieso sterben die blöden Viecher nicht? Ich sage doch, das liegt irgendwie an dem Server, weil bei mir werden die auch nicht zurückgedrängt, wenn ich die treffe. Ich werde echt immer, ich würde da oben, jetzt haben mich die Steine aufgehalten, jetzt war ich ganz woanders. Oh. Bin schon wieder überladen. Oh, hier ist auch, hier ist auch Kupfer. Da unten liegt noch Kupfer. Ich kann leider keinen Kupfer aufnehmen. Du hast, glaube ich, einen Quarz aufgehoben gehabt vorhin, ne? Mhm. Warte. Ach, was mache ich denn? Warte, warte, warte. Ah, ne, ja, genau. Oh, ja. Ah, ja, ich, ne? Äh, Topaz hat so auch aufgenommen? Nein. Nein, alles klar. Äh, Schleim? Schleim, ja, nämlich alles Schleim. Ach toll, jetzt muss ich ja doppelt. Äh, was habe ich noch? Steine, eine Geode. Ich habe Holz, du hast vorhin, hast du Holz? Nee, Holz habe ich keins. Harz, naja, Kupfer, ja, schauen wir mal. Also ich habe jetzt noch Steine, eine Geode und Topaz habe ich noch. Oh. Eine G-O-D. Loch. Loch. Das Stichwort von Stardew Valley. Loch. Oh, da ist jede Menge Kupfer. Geil. Da haben wir noch eine Fliege. Okay. Da unten liegt dann auch noch ein Schleimi. Und ein Loch. Äh, ich gehe schon mal runter, ne? Mhm. Oh, was haben wir denn hier Schönes? Ein Topaz. Und ein Loch schon. Ja, da unten ist nichts Gescheites. Können wir direkt runter. Da drüben sind Steine. Ah ja, ist mir jetzt wurscht. Oh, hier ist dunkel. Holz. Da ist auch schon wieder das Loch. Oh, ein Amethyst. Ich hoffe, du hast noch Platz. Ich habe den Amethyst. Super. Da oben habe ich noch einen Kupferpopel ausgegraben. Ich habe eine Geode, oder? Eine Geode? Ja. Dankeschön. Da oben liegt noch Kupfer. Ach, ich habe eine weiße Alge. Die pfeife ich mir gerade mal rein. Und die grüne auch. Knusper, knusper. Ist das toll. Hm? Das die... Ach, da guck mal, da unten. Was ist... Oh. Ach, Mann. Ja, wenn du die Viecher nicht in die Ecke drängst, oder so. Ja, selbst dann bringt das nichts, weil du kannst sie nicht zurückkicken. Die stehen trotzdem weiter in dir drin, egal ob du drauf rumprügelt. Und das ist im Singleplayer nämlich nicht. Ach, hier ist Dingens. Ach, hier ist auch ein Loch. Bei mir hier unten auch. Ach, Holz. Was will ich mit Holz? Nimmst du Fackeln mit, oder? Ich habe irgendwie kaum Platz. Hast du... Hast du Käferfleisch? Ja, eins. Ja, ich habe nämlich auch eins. Ja, kannst du mir so weggeben. Ich brauche es ja eh dann für das Angeln. Ja, das liegt hier oben. Du brauchst es ja dann für deine Angelköder. Da nehme ich nämlich die Fackeln mit. Ach, warte mal, du hast ja, glaube ich, auch Holz, ne? Ja, ich habe Holz. Zack. So, dann nehme ich die noch mit. So. Dann mal ein paar Fackelchen, wo wir aufstellen können. Und dann brauche ich erstmal was zu futtern. Der kriegt hier die Müsli-Riegel, weißt du? Und ich muss mich hier mit Meerrettich begnügen rum. Ja, aber meine Energie ist ja wieder gleich alles. Aua. Alter, diese Scheißviecher. Geh weg. Mann. Hä? Da steht mal wieder irgendwas im Weg. Oh, eine Karotte. Oh, eine Karotte müssen wir auch aufheben wieder. Hier ist noch Holz und Kohle. Hier ist eine Grünalge. Oh, trifft sich gut. Oh, ich habe gerade, ich sehe gerade, ich habe einen, einen Kupferpopel. So, Karotte. Ach komm, da habe ich den weg. Ups. Ja, den habe ich gerade auch weggeschmissen. So, da unten ist nichts mehr. Hallo, Loch, wo bist du? Ja, wir müssen uns was essen. Wir haben hier 11 Uhr. Jo. Ah, Loch, 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 Loch. Moment, ich muss erst was. Ach, ich süffel jetzt mal die Cola, komm. Gluck, 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 gluck. Ach. Juuu. Ich erhalte Leder-Schuh, ey. Endlich Schuhe, ey. So. Das zweite Paar Schuhe. So, fertig. Jo, reicht für heute. Genüscht. Es wird spät. Ach, warte. Hätte ich jetzt nie gedacht. Ja, bei mir wird es jetzt auch spät. Aus. Machen wir noch einen Tag und dann hören wir auf, oder? Ja. Und da schaffst du noch eine halbe Stunde. Bei einer halbe Stunde nehme ich jetzt gerade wieder auf. Ich mache immer eine halbe Stunde pro Folge. Hm. Wenn du noch eine halbe Stunde schaffst. Oh, Schnecke kommt. Ja, ich bin doch da. Ich bin doch da. Ups. Oh, Kirschbund. Hofarbeit Stufe 1. Ich kriege Minenarbeit. Ich habe nicht genug gearbeitet. Immer noch keine 2.000... Oh Gott, ist das eine Blaupause. Ah. Yay. Ich kriege mir den Brennofen. Ich habe gesehen, dass du die alte Mine erkundet hast. Wenn du 10 Schleime erledigen kannst. Ach so. So, ich muss erst mal hier. Ach, ich hätte ja auch einfach wegdrücken können. Warum? Guck, ich tue mir das nochmal an. Und das brauche ich. Also wir haben einen Schmelzofen. Das heißt, oh, ich kann auch gleich einen hinsetzen. Mache ich auch gleich, ne? Äh, ja. So. Äh, das ist... Käfer vielleicht noch zum Angeln. Was ist hier drin? Öl. Für das Museum hast du da oben die schwarze Box, gell? Äh, für Haus und Schmiede, ja. Also, ähm, so Museum und, ähm, Dioden. Mö. 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 Mö.